Eins So, hallo und willkommen zum Stream sogar Zum fucking Der gute Niklas schaut zu am Mario Gaming GAY-MING Schaut bei ihm vorbei Meine lieben, ihr magineeren Zuschauer Oder zwei reale Zuschauer in diesem Falle Grüße an Sascha Skorpion auch noch Und ähm Ich vergesse, ich muss Bernie, dein Orkan ist stark Der Orkan ist stark in dir Und ich werde Twitch, wieso kann ich nicht Ich habe sie übertragen, egal, dann übertrage ich meinen Bildschirm Starten Kannst du irgendwas sehen? Ja Okay, gut, dann Let's go, wir starten dieses fucking Pack-Opening Ich möchte aufnehmen, wie ich diese ganzen Legis sehen werde, come on Give me the legend, daddies, you bastards Und da geht es los Hier sehen wir es Boom New way to play Standard Und Standard only The newest cards can be used And Year of the Kraken has begun The cards you can use in Standard can change Each year Or will change in each year Not can Senate Mode und White Mode Das kennt ihr alles schon Blablabla, ja Hab ich jetzt schon gesehen Try to switch into Standard Ja, super, hurra, das ist toll Das ist alt, das soll weg Ja, tschüss Und ja, special quest 5 gold und gold packs Ja, ich weiß, ich weiß, ich kann immer mehr in meiner Collection Und Welcomes From the old cards Reward C'Thun Would like to be the first To welcome you With a tentagli Embrace That's a little bit hentai Would you please stop with that, you bastard And Holbringers of Doom A couple of servants To help you open old god packs Also wir kriegen zwei Backend of Evil Und in C'Thun Bany hat den C'Thun einfach nicht bekommen Läuft da eben, der muss jetzt mal Ein schönes Support-Ticket an Blizzard schreiben Aber Aber egal Ich habe nur auch meine 350 packs Amalio Gaming The cap of pride is strong in us Los geht's Das erste pack I'm so hyped for this Ah, the explosion Und jetzt war auch mit dem Overwatch-Payer-Card back here Hier auch der neue Rager Yes, the rare is discipline of C'Thun Ah, jetzt ist er da Und jetzt kriege ich es The old gods have arrived A gift for celebrating the release of the old gods with us Ja, jetzt zähle ich den Packs zu den 50 vorbestellten Okay, Bany hat nun auch sein C'Thun Das heißt, er muss sich nicht aufregen und ein Support-Ticket schreiben So, ah, und direkt im zweiten Pack Die erste Epic Okay, da sind wir Sehr interessant Und Scaled Nightmare Hier Niklas, das wirst du auch nicht glauben Ähm, Hentai Hier nichts, oder? Du hast ja die ganze Zeit Embrace Darkness gezogen Und Bany hat viermal in seinem Pack-Opening Äh, Hammer of Twilight gezogen Ist auch ziemlich unterhaltsam Bam So, hat auch einen sehr witzigen Lachflash-Moment gemacht Dafür gesorgt, meine ich So, Evolve Super Charmin-Karte Captain Cap-A-Pride Captain Cap-A-Pride is here So, Darker Rapport, Ravaging Ghoul Ja, sehr interessant Ja, jetzt sind wir schon bei den Vorbesteller-Packs angekommen Bany hat seine, ähm Bany hat seine erste Legendary nach der Hälfte gezogen Mal schauen, wann ich Legendaries ziehe und wie viele ich ziehe Bany hat zwei gezogen Zweimal Bullshit? Ja, Bany hat die Ned Pagel-Legy gezogen, die komplett behindert ist Und welche hast du noch gezogen? Die eine 1-1-1-1 Nice Golden Mire Keeper Choose one So, muss ich das lange mal gehen, oder? Ah Blood zur Icke Ah, ja Wichtig für meinen C'Thun-Control Warrior Okay, Power by Hentai Midnight Dragon King Dusk Mhm, 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 mhm Faceless Behemoth Renown's Darkness Renown's Darkness Ehhhh Okay Stimmt, Embrace Darkness wäre jetzt eher das Gegenteil von Renown's Darkness Also Fail von mir Aber egal Ich... Es liegt an mir Ich embrace halt immer die Darkness Ich habe ihre Neutrale Common-Karte Nice Äh, von, äh Neutrale Common-Karte von der WP Expansion Ich hab jetzt jeden Roof Nice Nice So Okay Und Blackwater Pirate Oh, bis jetzt schon ein paar Epics Ein guter Start, guter Start Und wieder ein Epic Ja, das gefällt mir doch Und jetzt sollte es bitte eine andere Epic sein als die, die ich gezogen habe Ja, andere Epic Ancient Harbringer Geht nicht Geht nicht Kannst du mal in das Reacher Okay So Erster Tag Expansion draußen Ich habe jede Common-Karte aus der Expansion Doppelt Nice Anders die Gehackstar und Corrupted Healbar Corrupted Healbar Das ist Bullshit Wo du keinen Bock mehr aufzuhalten Musst du Embrace die nicht Das ist der Priest-Karte, glaub ich Ja, wahrscheinlich Der Shadow Priest So, den Fest Okay So, Feral Rager wird jetzt auch genug Und die 40. Karte wird geöffnet Nicht Ich brauche noch keine Idee, geht das nur dann Nein, ich sag nichts Ich weiß schon, was es nach hinten los geht für mich Echt so Haha Okay, es ist einfach das Hero Kenn ich noch nicht Ich gebe random friendly Minion, die rein schütt Hm, interessant So Nehmt auch auf, streamt auch schön Sehr, sehr schön Ach du Rap, okay Not bad So So Wieder ein normales Pack Skirrim Kaltest Okay Okay Hm, Darkscope Ich hoffe nur Neathe of Secrets Haha Secret Paladin Counter Wen eh niemand brauchen wird Weil jetzt jeder C'Thun Dex spielt Hm, Zoth First Mate Buck Creeper jetzt auch schon zwei Und Servant of Yogg-Saron Sehr schön Die Explosions sind echt sehr Echt interessant So Obsess Village habe ich schon genug Twilight-Ele habe ich auch genug Da Darkshire Councilman Echt Darkshire Councilman Addled Grishley To the Acolyte Ah, und die nächste Epic Ich habe sogar eine Class Epic Nice Ich habe sogar eine Class Epic Keine Legendary bisher The Salt is real Leila Solange ich zwei bis drei stehe bin ich zufrieden Und es ist egal wann die kommen Ich Wann habe ich gezogen? Ab 25? Ja, meinte ich Meinte ich Schon vorab der Hälfte Quasi Hast du dann deine gezogen Ah, Claxi Amber Weaver Dann habe ich die Karte für C'thun Druid Die ich bei dem guten Malleon servobarten konnte Oh, Golden Buck Creeper Und Doomcaller Yeah Ja, hab ich den Golden Hm Der Niklas auch So Zack, zack, zack Oh, Epic Giant Sand Worm Haha Ich krieg alle Epics als ihr Ah, wir fotzen sogar Class Epics Ich habe auch eine Class Epic bekommen mit Twilight-Tamer Ja, ständig Ich habe immer die gleiche Nice Twilight Evolved Dark Ark Robby Sollte ich jetzt auch genug haben Flame Breathed Faceless Ich auch nicht so schlecht He, Klasse Wir kommen PogChamp So, so, so Wir haben genug Dark Ark Robby und Pog Creepers Gidness meh Und zwei Raz Darkshire Librarian und Midnight Drake Ja, bald sind wir bei der Helftschrank gekommen und auch für mich noch keine Legendary Aber nicht verzagen Aber nicht verzagen Oh, Golden Master of Evolution Das ist ja schön Nice Nice Good Job Malu Gaming Cthulhu and Druid expert confirmed Haha Master of Evolution Das ist auch eine super Karte Und dann auch noch ein Golden Journey Below Journey Below Ja Rokata Ich bin jetzt bei der Hälfte der 50 Packs Genau Und wieder in Epic Hammer of Twilight Kenn ich Ja So, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen Noch keine Leggy Aber ich bin zuversichtlich Und wieder in Also Epics mögen mich anscheinend diesen Pack Opening Oh, Golden Epic Validated Doomsayer Das sieht ja super aus Ja, ich bin irgendwie grad auf der Epic Tour Ich mag nicht Leggy Es wird Passt Oh Princes Huhran Okay, die Karte kenn ich nicht Trigger Friendly Minions Death Rattle Effect Okay Die Hunter Karte Gut, dass ich Hunter nicht spiele Und natürlich Geil Ancient Shield Bear Brauch ich für meinen Cthulhu Warrior Aber das ist die erste Legendary Auch nach dem ersten Nach der Hälfte Da ist noch eine Golden Legendary Hier Und noch mehr Epics Forbidden Ancient Spend all your mehr Okay, das ist nicht so cool Klaxi, Amber Weaver Twilight Geomans Ah, die Karten werde ich mir noch genauer Charakter 2 Sucks Ich habe die Sorts im Zeitpunkt Change Cardback oder no Legendary You can suck my dick Oh, no Legendaries Cap Facilte Ich nutze die Kraft des Payers Okay Oh, Golden Rare Golden God Die Karte sieht richtig nice aus Mit diesem Vila Shit Die Karte sieht richtig nice aus In Golden Genug Darker Recurs So ein Corrupted Sea Sucked You, you die Was brauchst du denn? Hä? Was habe ich gezogen? Ich, ich, ich Hä? Was ist los? What the fuck? Was habe ich gezogen? Amelio, sag es mir Hast du die Hast du die Hunter Leggy? Hast du die Hunter Leggy? Bestimmt braucht er die Hunter Leggy die Fatze Okay, Bullshit Und Shadow World Horror Rare Corrupted Healbots Bullshit Ah, und wieder ein Epic Golden Twilight Elder Nice Zweiter Master of Evolution Und Twilight Summoner Okay, ist nicht so krass Aber nice Specs bis jetzt Und zweite Legend Und dann wäre ich ziemlich zufrieden mit dem was ich hier bekommen habe Selfless Hero auch genug gehabt davon Ernsthaft? Wieso ist die OP? Shifting Shade Ja Nikas, wir könnten gerne tauschen wenn du willst Leider funktioniert das nicht Haha Ich spiele keinen Dreckigen Hunter So Thing From Bellow Und du kannst die nicht mal Und du kannst du die nicht mal Weigse Your assault is real, Alter Und nochmal einen normalen Cult Sorcerer Cult Sorcerer Primal Fusion Und Zothar Made Okay, Reiling Blade So wichtig Weigse Noobs So gut Ja Du bist ein Noob hier Eich viere Eich hat uns Und ReilingBlaed Blades. Genug Twilight, Alter. Und wieder ein Epic. Crazed Worshipper. Ja, Crazed Worshipper brauche ich für meinen C'thun Warrior. Sehr schön. Sogar zwei von denen, deswegen ist es gut, dass ich eins von denen ziehe. Ich glaube, ich bin so gut im Mute, ich kaufe mir noch mal neue Packs. Und dann schauen wir mal, wie viele Ladys ich noch bekomme. Noch mehr Packs, noch ein Hammer auf Twilight. Ich muss hier Niklas in Powerboy-Manier rivalen. No joke, die Karte ist extrem schade. Möchten Schelfrattle-Hunter wird extrem gepusht und 5 Mana, 6-5 ist extrem gut. Vor allem mit dem Loser-Browns. Du kannst aber also Mana oder Heimane-Active-Triggern. Ja, okay. Aber ich spiele ja trotzdem keinen Hunter. Ja, okay, mal schauen. Ich muss ja immer neue Dinge ausprobieren. Also, Kappa-Shift-7-7, wenn ihr dafür seid, dass ich mir noch mal 40 Packs kaufe. Also, Chat, los geht's, meine eine Person im Chat. Kappa-Shift-7-7, wenn ich mir noch mehr Packs kaufe. Twilight Elder Infested Wolf. So, okay. Ah, und diese ganz viel Freeze-Karte, da. Ganz viel. Let's drive Packs, hoffentlich ziehe ich mir noch eine Legi. Sonst wäre das quasi... Ich habe so viel Epics bekommen, dass ich keine Legi bekommen darf, oder was? Also, wenn ich keine Legi ziehe will. Oh, wenn ich mir definitiv noch mal Packs kaufe, ne? So ein Shit, ey. Naja, nur eine Legi, Alter. Muss man ja painen, ey. Aber zwei Razz und... Boah, Silphid Swarmer. Kann mir mal den Kox hacken, ey. Wow, ey. Ja, gut, die Bilanz. Es ist ganz viel Epics, dafür aber keine Legi, Daddy. Mal schauen, Forbidden Ancient hier. Wie viele Legis hast du noch gezogen? Eine. Was? Ja, nur eine. Insgesamt nur eine? Ja. Also, die, was ich gesehen habe, weil ich muss kurz weg. Ja, ich habe nur eine gezogen, deswegen werde ich mir wahrscheinlich noch mal Packs kaufen. Das will keiner hören, diesen Scheiß-Kloppe. Da. Okay, okay, calm down. Trigger von Landy-Dev-Minier-Dev-Effekt. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist ein guter... Gute... ...Kombo. Giant Sandworm. Ah, coole Legendary! Ne, so... ...Cult Sorcerer. Scherze habe ich auch ein paar Mal bekommen. Hast du jetzt noch mal neue Packs gekauft? Oder wann kaufst du die morgen? Nö, jetzt. Also, ich meine, morgen kaufe ich mir vielleicht... Naja, also... ...das ist auch genug, wenn ich mir jetzt die nächsten 40 Packs kaufe oder 60. Ich muss mal nochmal... ...ich checke nochmal meinen Bank-Account. Und dann werde ich weiter aufnehmen. Um weitere Packs zu öffnen. Weil meine Zuschauer... ...in Klammern nur einer, Kappa, soll ja nicht enttäuscht werden. Streamst du noch? Ja, natürlich. Für meinen Amalio Gaming Bro, Kappa Pride, stream ich immer. ...Errr, ThysOT, Evolve, Firmalfusion, Stormcrack, Mass of Evolution, Golden, this is nice. 12 of Hamlet zweimal. Oh, Golden, Alakir! Forbidden Ritual. Obsessed Villager, Darkshare Librarian, Darkshare Councilman, Usher of Souls. Und dann sagst du... ...Batte Ecke. Ah... ...Harradwing Ghoul. Ja, na... ...Ancient Shield Bearboy noch einen. Ich werde auf jeden Fall Lepernom disenchanten, sag mal. So. Wieso? Weil ich da gerade die doppelten Mount dafür bekomme. So. Jetzt könnt ihr mir nochmal informieren, welche Karten noch ge... ...ge... ...gebackt, gebackt, oder blibblibs wurden. ...genervt wurden. Weil ich da auch das entschalten. Okay, der Rager. Spoof Cthulhuun. Boah, der Golden Sloth Swarm, Alter. Das könnte ich mir auch. Das könnte ich auch disenchanten, ne? Twilight. Sechs Mal Twilight Elder. Acht Mal Scrumming Tentacle. Sogar noch einen goldenen Twilight Elder, ey. Genug Twilight Elders. Weißt du, ich habe mir einmal das gewünscht, dann kriege ich da 50 Mal von denen ein, ne? Need of Secrets. Was ist denn der Scheiß? Was ist das? Ah, Crazed Worshipper, boi auch noch einen, man. Remontestierer Pancake Breakfast with the perfectly rational Worshippers. Wenn ich jetzt hier schaue, in, ich, in, wenn ich jetzt auf, äh, Piloting the Shredder, das ist geil. Ja, man, Doomsayer and Piloting the Shredder, das ist echt geil, man. Okay, bullshit. I like it because it scales. Bis jetzt ging es immer, dass du zum Beispiel Legendary rein tippst, und dir alle Leges angezeigt wurden. Hä? Jetzt, also wenn du in, in, in der Collection Legendary rein tippst, hast du alle Leges gesehen. Ja. Jetzt musst du extra All Cards auswählen, damit du auch deine alten Leges, die jetzt gebahnt sind, anschauen kannst. Ja, ist doch nicht schlimm. Ah, sieht aber auch cool aus mit All Cards. Das sieht ja cool aus. Oh je, wir schauen uns doch die Standard Cards an. Und das sind alle Karten. C'Thun, C'Thun's Leges, Farid, Eye for an Eye. BADUMNCH! Sixty Packs, erinnert, als ob ich, als ob ich mein Money komplett rausschmeißen, so. Okay. Ne, ich werde erstmal in Dustin, wenn ich die nächsten Packs, die ich mir gegönnt habe. Äh, Old Murky Eye ist nicht, ist nicht, äh, Standard-konform. Hä? Macht dir keinen Sinn. Die Karte ist in der, in der Liste, die nicht Standard ist. Sollt eigentlich nicht sein. Er ist eigentlich eine Klassik-Karte. Ja, aber nicht mehr. Was ist er dann, bitte? Keine Klassik-Karte, Dorscheid. What? Was zur Hölle? Was zur Hölle was? Boah, hab ich denn 41 Cash ausgegeben? Ach, ist egal, ich kriege ja direkt 50 Euro wieder im nächsten Monat. Das heißt, 40 Packs werde ich mir auf jeden Fall kaufen. 30. 40. In drei Tagen, also in vier Tagen, werde ich hier wieder 50 Euro drauf haben. Das heißt, es rentiert sich wieder an. So, plus 40 Packs. Wurde ausgeraubt. Alter, wie lange dauert denn diese Authorization hier? What the fuck, man? What the fuck, alter? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh man. This sucks. Push is complete. So, noch mal 40 Packs plus... So, noch mal 40 Packs plus... Schreibe ich auch noch mal in den Titel rein. Bearbeiten. Plus 40. What the fuck? ... With you? I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. What the fuck? I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. für meinen Pain belohnt werden hier. Meine Legie, ey, das ist doch ungeheuerlich. Ich bin kurz auch froh, dass diese ersten... dass du erst... Na, ich glaube, jetzt gleich mit der Epic. Ja, und ich krieg noch mehr Epics. Bei der Doomcaller. Und... Renounce Darkness. Ja, der sieht ziemlich happy aus, der Warlock. Ancient Shield Bearer. Sehr schön, dafür wollte ich auch einen zweiten haben, vom Ancient Shield Bearer. So, der Amalio Gaming will was essen. Tja, dann mach ich ein bisschen Speed-up hier. Dark Shadow Baron. Schau auf Souls. Die meisten Karten kennen wir ja jetzt schon, deswegen kann ich dauer schneller sein. Und... SZ1 öffnet den Nsoth. Oh, Golden Evolved Kobold, ey. So... Und Golden Shadow Strike. An, dass du die hackst da... Äh, Role spielt jetzt auch nicht mehr so offen... ...offen... ...spiel ich nicht mehr so offen... ...so häufig, meine ich. Alter, wieder... ...epics, aber keine Legendary, man! Ah, und da ist endlich eine neue Legendary! Are you ready? Are you ready? Nein. Dies! JeeeeheeeeeS! YES! 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 SNUCKIT! ấtwergdonk! JESSZ man! OP für KijsundEck etwa Garcia Reina für mein контрolwarrior KijsundEck. Get in! Get in, man. Greater acid ist der measurement. Yes Alter, Shin. Der Payer wird belohnt für seinen Scheiß Paying, Alter. Trine Emperor Backlore is mine. Nice, man. Das ist ein Highlight, man. Und dann wird der Payer sich nochmal frei. Atletico fügt gegen Bayern. Ja, Mann! Atletico! Fick die Bayern! Fick die Bayern! Hey! Hey! Fick die Bayern! Fick die Bayern! Hey! Hey! Und die nächste Epics. Cyclopean Horror, Alter. Ich werde mit fucking Epics überschwemmt, Alter. Ihr trinkt gleich ein Epics. Ich hab nur da Bullshit gezogen. Das ist so... Ich kann eines sagen, ich hab alle... Du wirst auch alle... ...comment-karten... ...karten haben. Ich hab alle comment-karten und doppelt alle. Ja. Hey für Banny, Chat-Spam, PJ-Salt. The Salt is real with the burn. Ja, wenn du willst, dann... ...übertragen und refreshen. Ach, refreshen, ja. Das werde ich mal machen. Noch mehr von den Karten, die wir schon haben. Ertragung beenden. Bildschirmertragung starten. So. Weiter geht's. Ja, Mann! Die wichtigste Lager hab ich schon gezogen, ey. Jetzt muss ich sie nicht craften, das ist so wichtig. Toilet-Flame-Caller, Demented-Frost-Caller und nochmal Heal-Bot. Jetzt kommen ein bisschen mehr Karten... ...die ich bis jetzt so gebraucht habe. Okay, sehr interessant. Ich wurde echt beraubt, also wenn ich jetzt über meine Buchung nachdenke. Ich muss noch mal mit PayPal reden. Ich muss noch mal mit PayPal reden, weil, ähm... Ich habe von der MMOGA, also mit PayPal, Overwatch gekauft. Aber das hab ich dann zurück gemacht und hab halt die 41 Euro zurückbekommen. Aber es war eine Lastschrift und die hat erst jetzt abgezogen. Das heißt, ich habe 41 Euro, 42 Euro zu wenig in meinem Konto. Muss ich mal mit PayPal reden. Ah, Tentacles for Arms. Ah, okay, interessant. Find ich jetzt nicht so toll. Die ist eigentlich scheiße, oder? Find ich jetzt nicht so toll, aber... ...ja. Amalion Gaming ist ein... Oh, nein! Noch eine Legi und der Epic in einem Pack! Jawoll, get in! Epic Scaled Nightmare und! Ehhh... Let's go! Legendary! Net the Dark Fisher! Ja, Benni, jetzt habe ich ihn auch... Ja, Flash, ich sehe es nicht... Was? Du siehst nicht? Nein. Ja, deine Internetverbindung suckt. Deswegen... Ja, wenn alle meinen bei mir im Internet so sein... Ja, Bullshit. Net the Darkfisher gezogen. Ja, PJ Salt für den Rapid Banny. Chat, Spam, PJ Salt. Net the Darkfisher werde ich jetzt net benutzen. Bitte mtsch. Aber Skate Nightmare ist auch ganz textuell. So, wieder ein normales Pack. Und noch 20 Cards übrig. Die Hälfte ist erreicht worden. Hm, jetzt ein Shieldbearer, wieder. Jetzt habe ich auch genug von denen. So. Testen wir es mal aus. Ich probiere jetzt mal mein erstes Tag. Ja, ein Fester, okay. Eldritch Horror. So, Corrupted CO and some of us here. Oh, okay. Cobra? Ja. Okay, bei mir war gerade... Ja, mach die Übertragung aus. Es wird nichts. Okay. Ja, Burnan hat Problems mit seiner Bildschirmvertragung. Und der zweite goldene Mirekeeper. Net the Darkfisher, da löpsch mir einen. Boah, boah. Fucking Salt für mich, Alter. Und noch ein Epic. Dark Speaker. Nice, Alter. Ich habe jetzt schon so eine Epic-Sammlung hier. Aber ich habe nur zwei... Ich habe immer noch nur... Nee, drei. Drei, oder? Oder nur... Doch. Drei. Drei Legis gezogen nach. Nach so vielen fucking Packs, Alter. Nach 80 Packs. Nach 83 Packs immer noch nur... Immer noch nur drei Legis. So, Haudet Acolyte. Hm, bin gespannt. Golden Haudet Acolyte. Und fast Shifting Shade. Darkshare Librarian, die zweite. Und noch eine Epic. Shmurgle Open Princess. GZ an ihn. Und Blade of C'thun. Ja, muss nur eine alte Karte. Ich kriege so viele Epics, ey. Oh, man. Hätte ich die Hälfte der Epics gezogen, da für eine gute Legi. Hätte ich das gerne gemacht. Hätte ich getradet dafür. So, Forbidden Ritual. Ja, du musst zwei Duellen gewinnen. Und dann bekommst du sowas. Ihr habt dann noch weitere 5, um noch mehr zu bekommen. Und ne weitere Epic. Shadowcaster und Shifter Zero. Siehst du, der zieht die ganze Zeit scheiß Legis, ich zieh die ganze Zeit nur scheiß Epics. Shadowcaster, ja, ist auch nett. Aber ich will noch ne Legi machen. Obwohl ich eigentlich die perfekte Legi gezogen habe. Golden Bill of an Tite Hunter. Sieht wirklich schön aus. Oh, unter Wasser. Sieht echt nice aus. Aber es bringt mir nichts. Es war keine fucking Murloc. Und das ist das letzte, letzte Pack. Für dieses Pack Opening. Und wieder eine Epic. Ich habe nicht so, aber wenn ich Skylab jetzt muss ich so kotzen, so viele Epics, wie ich bekomme. Faceless Shambler. Computer-Friendly Minion Attack can help. Ja, und das war's. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Epics bekommen. Zu viele Epics, um genau zu sein. Mene Güte, ey. Myro Keeper. Ich habe sogar zwei goldene Myro Keepers und einen normalen. Mene Güte, ey. Hey, hey, Chad. Sollte ich hier Force of Nature disenchanten? Wer weiß, oder? Chad kann bestimmen, ob ich hier Force of Nature disenchanten soll, oder ob Niklas, hast du das gemacht? Disenchanted? Force of Nature kann, ja, ist sehr stark genervt. Arkane Golem werde ich auch auf jeden Fall machen. Feels bad, man, Alter. Meine Schlesformsteller-Packs habe ich nur eine Legi bekommen, Mann. Feels really bad, ey. Feels fucking bad, ey. Weil sie, die dachten sich so, eine Class Legi gilt für zwei, oder was? For fuck's sakes. Where is the Summoner? Oh, man. Hey, was habe ich denn da verpasst? Oh, da, 7 of York's wrong. Nichts. Hm, hm. Coded Acolyte, sechsmal. Teutored Darkman, da habe ich jetzt zwei. Ich bekomme bald meine fünf Gratis-Packs, wenn ich gewinne. Okay. Shadow Strike. Einzig habe ich schon. Shadow Caster. Blade of C'thun. Primal Fusion. Stormcrack. Die haben... Die haben... den Su... 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 Warlock noch... beschissener gemacht. Sweating Madness. Aschers. Okay. Blood to Ecker, auf jeden Fall. Brauche ich mal. Da, Ancient Shield Bearer. Back in Herday, each shield weighted two tons, and she had to carry four of them on each arm. Tentacle Farms. That's right. Garish just slapped you to death with the tentacle. Genau, der Hentai confirmed, man. Das ist Hentai. Whisper of the Hentai gods, eh? Ned the Darkfisher. You can take away his humanity, but you will never take away his fishing pole. You can never take away his... Fields bad, man. Dein Suckness, bitchy. Auf jeden Fall ein... Bitcher, da werde ich disenchanten. Ein BGH. Auf jeden Fall disenchanten. Cyclopean Horror. What are the qualifications for being a horror? Just how horrible do you have to be? Faces Shambler. What is this thing? I'm not sure, but it seems to be sort of Ysera-shaped. Genau. Darkspeaker. People often think that Darkspeaker and the arc Nemesis of Lightspeaker, but that title actually belongs to Heavyspeaker. What? Psychotron. Corrupted Seer. Scaled Nightmare. Yeah, we've already looked at it. Ah, Twin Emperor Veklor. Do they make decisions based on age? I'm two minutes older, therefore we burn this village. Of course. There are Twinninger. Very interesting. And that was it. Wir können uns 1.915 Das disenchanten. Das ist einer Legendy nochmal wert. Disenchant this shit. So. Gehen auf die 5 Mana. Da BGH direkt. Einen werde ich auf jeden Fall disenchanten. 4.420. Das ist auf jeden Fall auch nochmal Rekordwerte hier. Komm, einen, einen, äh... Das ist 5. Achso, okay. Komm, einen von dem werde ich auch disenchanten. Weil ich sie nicht brauche. So. 4.800, das sind auf jeden Fall Rekordwerte. So ein scheiß Payer, alter Nigel, ist so ein Ficker, ey. Hat er sich Packs gekauft, noch? Hat er 123 Packs und insgesamt so neun Legis darin, ey. Er hat richtig den Payer-Bonus bekommen, man. Wow. Ja, gut. Ich hab 50 Packs und zwei Bullshit-Legis. Alter, feels bad, man. Und Arkane Golem wollte ich auch disenchanten. Die Karte will dich eh nie benutzen. Dann nutze ich's aus, dass ich von denen doppelt bekomme. Disenchant. Und disenchant. So, Rekordwerte von 5000 Dust. Ist das nicht schön. Davon gibt's auch nochmal ein Screenshot. Wir gehen zurück. Und dafür... Damit beende ich dann die Aufnahme. Aber das ist nicht über die Seite gehen. Bis dann. Und ciao. Ciao. Ciao.